Hallo ihr Lieben, mein Name ist Frank Sackenheim und herzlich willkommen zur dritten Adventsausgabe meines Astrofotocast. Ich hatte letzte Woche schon angedeutet, dass ich heute mal ein paar Bücher vorstellen möchte, die mir besonders gut gefallen, die ich dieses Jahr gelesen habe oder kürzlich erst gelesen habe. Bücher, die ich immer wieder brauche oder die ich generell gut empfehlen kann, vor allen Dingen natürlich für die Astrofotografie. Wir haben den dritten Advent, es ist Zeit Kerzen anzuzünden. Und es könnte tatsächlich ein Running Gag werden, ob ich denn das Streichholz ankriege, ja, anbekomme, sagt man ja. Das funktioniert ganz gut. So. Beim Friseur war ich auch extra und habe mir einen sehr modischen Kurzhaarschnitt verpassen lassen. Man weiß ja nicht, wann man das nächste Mal zum Friseur gehen kann. Und passend zum Thema Buch habe ich mir natürlich eine Brille angezogen, da ist aber selbstverständlich nur Fensterglas drin. Das Ganze soll nur dem Ganzen einen gewissen intellektuellen Anstrich geben. Also, ich habe neulich hier gesessen, ich habe es in der ersten Folge erzählt, es ist mein allererster Adventskranz. Ich habe wirklich noch nie selber irgendwie Grünzeug, geschweige denn Kerzen gekauft. Doch, Kerzen schon. Aber ja, sowas in der Art hatte ich noch nicht. Und dann saß ich hier abends auf meiner Couch und habe ein neues Buch gehabt, das stelle ich euch auch gleich vor. Und habe das so aufgeklappt und Bücher haben ja auch einen ganz eigenen Geruch immer. Ich finde den auch klasse. Und diese Mischung aus dem Geruch von dem grünen Zeug und von einem neuen Buch, das hat bei mir irgendwie im Kopf sofort eine wahnsinnige Kindheitserinnerung ausgelöst. Denn Weihnachten war für mich auf jeden Fall auch immer der Tag, an dem ich Bücher geschenkt bekomme. Und ich habe mir eigentlich jedes Jahr Weihnachten, also ab dem Zeitpunkt, wo ich lesen konnte, sagen wir es so, Bücher gewünscht. Und die hatten immer mit Astronomie zu tun. Also selten kam da mal was anderes. Ja, und ein Buch habe ich hier mal liegen. Das habe ich nämlich noch. Das ist dieses Buch. Astrofotografie von Patrick Martinez. Ich weiß gar nicht, ob es ein Amerikaner ist oder ob es ein Franzose ist, bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Das war in den 80er und 90er Jahren tatsächlich auch so eine Art Standardwerk. Da geht es natürlich komplett um Astrofotografie auf Film. Das hat hier wirklich noch so, sieht aus wie mit Schreibmaschine geschrieben irgendwie. Ich glaube, es war auch nicht billig. Und hier wird alles erklärt irgendwie zur Aufnahme, Brennweiten, zu den verschiedenen Methoden. Und früher hat man ja noch so Sachen wie Okularprojektionen und sowas gemacht irgendwie. Natürlich Belichtungszeiten, Filme, Sonnen- und Mondfotografie, Planetenfotografie und all das. Ja, das irgendwie habe ich irgendwann mal, was weiß ich, als Teenager zu Weihnachten bekommen. Und ja, daran habe ich mich erinnert. Gut, aber so ein altes Buch irgendwie ist eine ganz nette Erinnerung, aber das kann man natürlich heute nicht mehr empfehlen. Es gibt es auch natürlich gar nicht mehr, weil sich ja die Fotografie komplett geändert hat und wir heute digital fotografieren. Da kommen wir zum ersten Buch, was ich euch vorstellen möchte. Das habe ich nämlich gerade ganz neu bekommen und da gibt es auch eine kleine Geschichte dazu. Das ist Astrofotografie von der Katja Seidel und die Katja Seidel, die hat mich angeschrieben. Es ging eigentlich um etwas ganz anderes und wir haben dann irgendwie ein bisschen geschrieben, haben auch telefoniert und morgen, also jetzt verrate ich gerade, dass diese Adventssendung hier vor aufgezeichnet ist, also heute ist Freitag, und morgen am Samstag werde ich irgendwie ein Interview mit der Katja führen, beziehungsweise wir werden ein Video zusammen machen und mal über dieses Buch sprechen, natürlich auch über ihre Fotografie sprechen. Und da hat sie mir dieses Buch zugeschickt, freundlicherweise. Herzlichen Dank nochmal und ich habe es, glaube ich, innerhalb von einer Woche gelesen, obwohl es irgendwie auch ein ziemlicher Wälzer ist. Hat totalen Spaß gemacht, da drin zu lesen. Und hier geht es um Astrofotografie mit, ja, ohne Spezialausrüstung, das heißt ohne Nachführung. Es gibt ein Kapitel über Deep-Sky-Fotografie mit Nachführung, aber überwiegend wird hier in dem Buch, werden die Themen behandelt, die man mit einer Kamera und zum Beispiel einem Weitwinkelobjektiv einfach vom Stativ aus machen kann. Also Milchstraßenfotografie, Meteore, Kometen, Stimmungsaufnahmen mit Landschaft, Milchstraße mit Landschaft und so weiter und so fort. Polarlichter natürlich, wie hier der Titel auch zeigt, gibt es ein eigenes Kapitel. Es gibt ein eigenes Kapitel von dem Gunter Wegner über Zeitrafferaufnahmen, und über all diese Themen werden wir dann auch eben im Video sprechen, was ich hoffentlich am Donnerstag dann schon veröffentlichen kann. Ja, also lohnt sich für alle Leute, die sich für diese Art der Astrofotografie interessieren. Ist wirklich toll geschrieben irgendwie. Es gibt ganz viele Praxishinweise. Es gibt Projekte, ja, dass mal wirklich ein Projekt mit von vorne bis hinten durchgearbeitet wird. Oh, die Lampe. So gut. Also, dass wirklich mal ein Projekt von der Planung bis zur Vorbereitung, Überlegungen, was muss ich machen, was muss ich einstellen an der Kamera, bis hin zur Nachbearbeitung. Das wird alles durchgearbeitet. Also, wie es sich auch viele ja wünschen, wirklich von Anfang bis Ende mal so eine Aufnahme durchexerziert. Also, kann ich sehr gut empfehlen. Ist auch tatsächlich ein Bestseller, steht hier vorne drauf, der Bestseller in zweiter Auflage. Also, es ist bereits die zweite Auflage, weil die erste Auflage einfach, die hat sich ziemlich gut verkauft. Ja, nächstes Buch schließt im Prinzip ein bisschen daran an. Das habe ich mir neulich aus Interesse an der Thematik selber gekauft. Das ist Zeitrafferfotografie von Gunter Wegner. Da geht es jetzt nicht primär um Astrofotografie, aber Gunter ist ein sehr bekannter Zeitrafferfilmer und vor allen Dingen bekannt geworden auch durch Astrozeitraffer-Aufnahmen. Also, ich glaube, ein Video heißt African Skies. Dann gibt es, glaube ich, noch African Skies 2. Die sind sehr bekannt in der Szene. Gibt es auf YouTube und Vimeo natürlich auch zu sehen und ist sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und ja, neulich gab es ein Video auf YouTube, wo Gunter über zehn Jahre LR Timelapse gesprochen hat. Das ist also seine Software. Da hat er auch mal so seinen Karriereweg beschrieben und das war schon irgendwie spannend, interessant und toll zu sehen, dass jemand, der früher in der IT gearbeitet hat, dann irgendwie sich selbstständig gemacht hat mit dem Thema Zeitrafferfotografie. Ja, das Buch ist super geschrieben, ist natürlich ein bisschen merkwürdig, weil das natürlich ein Bewegbild ist, ein Zeitraffer. Und das kann man natürlich in einem Buch nicht abbilden. Aber alle Techniken sind super besprochen, vor allen Dingen diese Technik, wie man Tag-zu-Nacht-Übergang macht. Das wird ja der Holy Grail oder der Heilige Graal der Zeitrafferfotografie genannt. Alles, das ist hier beschrieben, natürlich Ausrüstung und natürlich gibt es irgendwie ausführliche Hinweise zur Software LR Timelapse, die, wenn man sich mit Timelapse-Fotografie beschäftigt, sehr zu empfehlen ist. Ich habe die auch. Ich möchte mal mehr machen in der Richtung. Ich mache das auch für meine Videos hier, dass ich mal so einen Clip mache, aber ich möchte mich da mal ein bisschen mehr in die Thematik reinarbeiten und habe deswegen dieses Buch schon mal gekauft, habe das auch super schnell durchgelesen, weil ich das wirklich spannend fand. Und ja, hoffentlich ergibt sich die Gelegenheit, dass ich da irgendwie auch mal ein Video zu machen kann. So, dann kommen wir mal wirklich zur Deep-Sky-Astrofotografie. Und da ist jetzt so das Problem, dass es da im Deutschen, ehrlich gesagt, also nichts gibt, was mich wirklich vom Hocker haut. Es gibt da ein paar Bücher, ich habe auch welche hinten im Regal stehen, die sind schon ziemlich alt und dann merkt man doch, wenn man darin rumliest irgendwie und Softwares dann behandelt werden, die es gar nicht mehr gibt etc. Oder Kameras, die einfach nicht mehr benutzt werden heutzutage. Da macht das irgendwie keinen Spaß. Deswegen kann ich das auch nicht wirklich empfehlen, obwohl da natürlich gute Sachen drinstehen, gar keine Frage. Es gibt ein paar Prinzipien in der Astrofotografie, die sind zeitlos. Aber ja, es gibt kein wirklich aktuelles Buch. Es gibt ein Buch von Thierry Legault, das heißt Astrofotografie. Das hatte ich mal oder habe es irgendwo auf einer Festplatte als E-Book rumsausen, aber ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Das gibt es mittlerweile in der deutschen Übersetzung und das wird wahrscheinlich so das aktuellste und umfangreichste Buch sein zum Thema Astrofotografie generell. Ein Buch, was ich aber sehr, sehr, sehr empfehlen kann, aber es ist leider nur auf Englisch erhältlich, ist von Charles Bracken der Deep Sky Imaging Primer. Das ist wirklich up to date und da werden irgendwie, das ist nicht so wahnsinnig dick, ja. Es ist auch nicht wahnsinnig kompliziert geschrieben. Also es gibt natürlich diese Technik, CCD und CMOS Technik heutzutage, die ist natürlich streckenweise komplex, aber das wird alles sehr anschaulich und gut erklärt. Es wird die Bildbearbeitung erklärt. Es wird auch Praxis, Dinge werden auch erklärt, ja. Wie funktioniert ein Teleskop? Was gibt es für verschiedene Teleskoptypen? Montierung, Nachführung, alles das. Also es ist wirklich sehr nah an der Praxis. Der Autor Charles Bracken, der ist auch zum Beispiel auf Cloudy Nights in dem amerikanischen Astrofotografie Forum oder Astronomie Forum, ist da auch unterwegs. Und das ist sozusagen einer von uns, ja. Und das merkt man sehr an dem Buch. Also es ist wirklich von jemandem geschrieben, der hat ein bisschen mehr Ahnung wie die meisten von uns. Also hat irgendwie einen technischen Hintergrund, ja, wahrscheinlich irgendwie Ingenieur oder sowas. Und hat diese ganzen Sachen zum Beispiel mit Ausleserauschen, was weiß ich, alle sehr anschaulich und gut aufgearbeitet. Hier gibt es zum Beispiel so ein Kapitel, wo einmal so richtig schematisch gezeigt wird, wie das mit den Kalibrationsbildern funktioniert. Also wann jetzt wo eigentlich das Bias und das Dark Flat oder das Dark ins Spiel kommt und wie das mit dem Stacking funktioniert und so weiter und so fort. Andere Stelle, die ich mir markiert habe, was ich zum Beispiel immer sehr gerne erzähle in Videos, dass beim Stretching die Farben blass werden. Das wusste ich vorher auch schon, aber in dem Buch ist es einfach gut beschrieben, warum das so ist und wie sich das äußert und dass man da aufpassen muss. Also kann ich wärmstens empfehlen, ist das beste Buch zum Thema Deep Sky Astrophotografie, was ich kenne. Wie gesagt, leider nur auf Englisch erhältlich. Ja, dann kommen wir zur Holy Bible, zur Heiligen Bibel der digitalen Astrophotografie. Das ist dieser Wälzer, The Handbook of Astronomical Image Processing von Richard Berry und James Burnett. Richard Berry, den kennen vielleicht einige, der ist auch auf Facebook irgendwie unglücklicherweise, der wohnt, glaube ich, in Kalifornien, dem ist unglücklicherweise tatsächlich das Haus abgebrannt bei den Waldbrennen. Tragische Geschichte. Richard Berry war aber schon immer sehr bekannt. Also der ist ein Pionier, was die CCD-Technik angeht. Also viele der Kollegen, die von ganz Anfang an dabei sind, irgendwie werden Richard Berry kennen, weil er von Anfang an irgendwie Veröffentlichungen gemacht hat zum Thema CCD-Fotografie. Und dieses Handbook of Astronomical Image Processing, da ist wirklich alles bis ins kleinste Detail beschrieben. Also wie das mit dem Auslesrauschen ist, wie das mit dem Stacken ist, wie das mit irgendwelchen Filtern ist, was ein Dekonvolution-Filter ist. Das wird auch mathematisch alles beschrieben. Das ist, ja, das kann ich jetzt nicht jedem empfehlen. Also wer nicht einen Zugang zu Mathematik und Technik und Physik hat, der wird da irgendwie keine Freude dran haben. Aber wer so ein bisschen Interesse auch an den technischen Details hat und vor Formeln keine Angst hat, der wird hier spannende Sachen drin finden. Also ich habe das nicht komplett gelesen, gebe ich zu, weil es streckenweise doch echt komplex ist. Aber so ein paar Kapitel sind schon sehr interessant. Und das ist so ein Nachschlagewerk, wo ich immer wieder mal reinschaue, wenn ich nochmal irgendwie technische Details wirklich genau wissen will. Also es ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes Nachschlagewerk. Deswegen sage ich, es ist die Bibel. Und es ist leider teuer. Und auf Englisch. Dann Bildbearbeitung. Viele nutzen ja PixInsight. Und bei PixInsight war immer das Problem, oder ist nach wie vor das Problem, dass es eigentlich nicht wirklich ein Handbuch für die Software gibt. Und es ist heute irgendwie auch normal geworden. Und Warren Keller, amerikanischer Astrofotograf, hat dann das Buch PixInsight geschrieben. Und das gibt es mittlerweile in der Second Edition, zweiten Auflage. Ich nehme es gleich vorweg. Auch das ist leider nur auf Englisch erhältlich. Und das ist ein super Buch, wo man mal wirklich eine Anleitung für PixInsight hat, wo man mal nachlesen kann, wie die einzelnen Prozesse funktionieren. Und was ich besonders toll finde, es gibt dann nachher auch Beispiele. Es gibt hier zum Beispiel mal einen Suggested Workflow für zum Beispiel eine DSLR- oder One-Shot-Color-Kamera. Und wenn ich zum Beispiel Coachings mache, irgendwie viele haben das Buch dann auch schon, dann liegt irgendwie bei uns diese Seite offen. Und wir gehen hier diesen Arbeitsablauf, diesen Workflow Schritt für Schritt durch und bearbeiten die einzelnen Themen. Und ja, also das ist irgendwie toll gemacht. Es gibt dann hier auch noch einen Workflow für monochrome Kameras. Oh, jetzt darf ich es nicht kaputt machen. Ja, sieht ein bisschen komplizierter aus. Das ist so ein Flusslaufplan, nennt man das, glaube ich. Und wie gesagt, wenn ich mal schnell nachgucken will, wie war das noch, was macht diese eine Einstellung eigentlich in dem einen Prozess, dann gucke ich in diesem Buch nach. Das liegt immer auf meinem Schreibtisch neben meinem Bildbearbeitungskomputer. Es gibt ein neues Buch, das habe ich aber noch nicht. Das ist von dem Rogelio Bernal-Andreo, sehr bekannter, eigentlich spanischer Astrofotograf, der aber in Kalifornien wohnt und lebt und arbeitet. Was wollte ich sagen? Der hat ein sehr ausführliches Buch geschrieben. Das sind, glaube ich, sogar zwei Bücher, wenn ich richtig informiert bin, die man aber in einem Paket bekommen kann. Leider aber gibt es das jetzt zum Beispiel nicht auf Amazon oder so oder in der Buchhandlung. Das muss man bei ihm selber bestellen. Und wenn man das wirklich als physisches Buch haben will, dann sind die Transportkosten, Portokosten, genauso hoch wie die Buchkosten. Und die sind schon nicht ohne. Und da kommt man irgendwie auf, glaube ich, 90 Euro oder so. Allein 40 Euro davon sind Portokosten. Deswegen habe ich das Buch noch nicht. Viele haben sich das in einer E-Book-Version gekauft. Aber ich will, bei Büchern will ich, ich will, das stinkt übrigens ziemlich, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was die da in der Druckerei gemacht haben. Also ich will ein richtiges Buch haben, auf Deutsch gesagt. Ich bin irgendwie kein Fan von E-Books und deswegen habe ich mir das von dem Rogelio noch nicht gekauft. Aber es soll sehr gut sein, was ich so gehört habe. Bigs Insight. Eins meiner absoluten Lieblingsbücher ist Lessons from the Masters. Und die Masters, das ist tatsächlich das Who is Who der überwiegend amerikanischen Astrofotografen-Szene. Also das Buch ist herausgegeben worden von Robert Chandler, den bestimmt viele kennen, unter den Top 5 der Astrofotografen weltweit. Dann gibt es irgendwie Kapitel von Jay Gabbani, von Ken Crawford, von Rogelio Bernal-Andreo, Tony Halles, Adam Block, Johannes Schädler ist, glaube ich, der Einzige irgendwie, der hier aus dem deutsch-österreichischen Raum kommt. Steve Maisel und Damien Peach für Planetenfotografen. Babak Atafreschi, ich hoffe, das spricht man so aus, spricht hier über The World at Night, also über diese Landschaftsaufnahmen bei Nacht. Fred Aspenack, weiß nicht, ob man den so ausspricht, und Alan Friedman, zwei sehr bekannte Sonnenfotografen. Und hier gibt es wirklich, es ist sehr Photoshop-lastig, es sind aber auch Kapitel zu PixInsight drin. Und hier gibt es wirklich ein paar Tricks, also wirklich ein paar Tricks zur Bildbearbeitung. Ja, und da macht es natürlich Spaß, irgendwie ab und zu mal darin zu schmökern, das ein oder andere daraus auch anzuwenden. Das erste Kapitel beschäftigt sich auch wieder mit den ganzen technischen Details. Die sind hier auch nochmal wirklich gut erklärt. Und dann gibt es noch ein letztes Kapitel von dem Robert Gentler selber geschrieben, wo es dann um Bildkompositionen geht, also um die Ästhetik auch ein bisschen. Auch das ist sehr interessant. Also für die Leute, die wirklich tief in die Deep Sky Astrofotografie einsteigen wollen, die keine Angst vor englischen Büchern haben, kann ich Lessons from the Masters wärmstens ans Herz legen. Eigentlich sind wir damit durch, was das Thema Astrofotografie angeht. Ich habe aber noch zwei, ja, so richtig schöne Bildbände hier liegen, und die möchte ich euch auch zeigen. Also, das ist der Bildatlas der Galaxien. Das ist nicht ganz uneigennützig, dass ich euch den zeige. Da ist nämlich ein Bild von mir drin. Sehr unspektakuläres Bild von Leo 2. Das mit Abstand unspektakulärste Bild hier in diesem Buch. Aber es gibt wahnsinnig gute Aufnahmen. Hier zum Beispiel M83 in unglaublich toller Qualität. M82 habe ich doch auch irgendwo hier gehabt. Ja, ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann überhaupt. Aber das ist irgendwie, es ist wirklich auch wieder das Who is Who der überwiegend amerikanischen, aber auch europäischen Astrofotografen-Szene. Also Adam Block ist mit was weiß ich wie vielen Bildern vertreten. Und die eben genannten Masters aus dem Buch Lessons from the Masters, die sind auf jeden Fall alle hier mit Aufnahmen vertreten. Ja, ist ein echt schweres Buch. Also irgendwie, das ist ein richtiger Schmöker. Riecht ganz hervorragend. Und man erfährt zu den Aufnahmen astronomische Details. Und das ist irgendwie spannend. Das kann man mal so abends irgendwie mit einem schönen Rotwein auf der Couch irgendwie aufschlagen und ein bisschen drin rumblättern, mal ein Kapitel lesen und sich einfach die Bilder angucken. Das macht irre Spaß. Noch ein Bildband, gleicher Autor. Stefan Binnewies zusammen aber mit Wolfgang Steinecke und Jens Moser erschien im Ochulum Verlag. Sternwarten, ja, und das ist auch, also das macht auch einfach Spaß, sich diese ganzen Sternwarten mal anzugucken. Man erhält teilweise auch Einblicke, die man so als Privatmensch überhaupt nicht bekommt. Ansonsten, ja, zum Beispiel hier irgendwie Teneriffa und der Roque de los Muchachos auf La Palma. Und es sind irgendwie wahnsinnig gute Bilder dieser Sternwarten und es sind viele historische Sternwarten in dem Buch drin. Ich kann das nicht die ganze Zeit hochhalten, natürlich ein lahmen Arm. Also zu jeder Sternwarte gibt es einfach auch tolle Hintergrundinformationen, tolle Stories. Zum Beispiel natürlich zum weltberühmten Mount Paloma. Fünf Meter Spiegel hier. Ich hoffe, man kann das sehen. Auch hier vorne die berühmte Kuppel des Mount Paloma. Ja, also auch das ist so richtig was irgendwie für abends auf der Couch einfach zum Schmökern, ja. Und man muss nicht das ganze Buch durchlesen, sondern man kann sich einfach mal so ein, zwei Kapitel durchgucken und einfach auch nur Bilder schauen. Macht Spaß. Es sind sehr viele historische Teleskope auch drin. Radioteleskope werden vorgestellt, aber auch die ganz modernen, also das Very Large Telescope und so weiter und so fort. Ich gucke mal gerade, ob ich was Schönes, Historisches finde. Ja, zum Beispiel Royal Observatory in Greenwich. Greenwich, Greenwich, Greenwich. Ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Ja, irgendwie hier. Das sind dann so die historischen Spankheiten. Ja, damit sind wir durch irgendwie mit den Büchern. Es gibt bestimmt noch ein, zwei andere gute Bücher, aber ja, leider, wie gesagt, im deutschsprachigen Raum zum Thema Astrophotografie gibt es leider nicht so viel. Da wäre es echt toll, wenn es da mal irgendwie ein Pendant zu dem Deep Sky Imaging Primer gäbe, der für mich wirklich mein absolutes Lieblingsbuch ist, was die Deep Sky Astrophotografie angeht. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen, war ein bisschen unterhaltsam hoffentlich auch und vielleicht ist für den einen oder anderen ja auch noch ein Weihnachtsgeschenk dabei gewesen. Übrigens, die ganzen Bücher verlinke ich euch unter dem Video und das muss ich dazu sagen, das sind sogenannte Affiliate Links zu Amazon. Also ich bekomme da, wenn ihr da bestellt, irgendwie eine klitzekleine Provision. Das ist zwar echt lächerlich gering, aber ja, wenn ihr euch irgendwie für die vielen Videos bedanken möchtet und dann habe ich vielleicht irgendwie irgendwann ein bisschen Geld zusammen, um mir auch mal wieder ein Buch zu kaufen. In diesem Sinne einen schönen dritten Advent. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wenn ihr Ideen habt, was wir nächste Woche machen könnten, ansonsten mache ich einen kleinen Jahresrückblick und vielleicht auch eine kleine Vorausschau fürs kommende Jahr, insofern ich meine Glaskugel finde. Also bis dann. Ciao. Ciao.